Hallo und herzlich willkommen zur 80. Ausgabe des Telestammtisch. Einer ganz besonderen Ausgabe, einer vermutlich sehr kurzen Ausgabe, denn irgendwie geht es hier um ein gewisses Update zum Telestammtisch, das ich euch heute hier mal präsentieren möchte. Ja, sehr viel detailverliebter wird es nicht. Ich habe hier eine Liste an Dingen, die wir heute besprechen werden oder die ich euch einfach erzählen möchte. Und es geht gar nicht so sehr um dieses eine große Thema. Ich habe heute auch keine Gäste am Start. Wir wollen heute eigentlich nur mal so ganz so, mal so unter vier Augen mal miteinander reden. Ja, und ich dachte mir, das könnten wir einfach mal machen. Ich sage euch, was in den letzten Zeiten so beim Telestammtisch passiert ist und was da vielleicht noch auf uns zukommt. Was ich vor allem aber möchte, ist ein gewisses Feedback von euch. Da würde ich mich tierisch drüber freuen. Jo, fangen wir mal an. Also erstmal, weil hier scheinbar so eine Art Sommerpause, nachdem hier auch einige Ausgaben gekommen sind vom Comicsalon, schön über die Monate verteilt, ist das Ganze ja auch letztlich erstmal so ein Ding gewesen, wo ich halt einfach da ganz viel von diesem Material benutzt habe, um hier Podcasts zu veröffentlichen. Es sind neue Sachen in der Planung, die jetzt ganz zeitnah schon kommen werden, aber jetzt für diesen Monat machen wir halt mal so eine kurze Sommerpausenfüller-Ausgabe. Und es kommt einiges auf uns zu. Zum Beispiel werde ich ein Interview führen mit dem Autoren der aktuellen Lucky Luke Comics, dem Jules, der, ja, und noch sein Übersetzer, haben jeweils 30 Minuten Zeit für mich und die werden wir nutzen und werden uns unterhalten über vor allem Lucky Luke und die Arbeit an Lucky Luke. Und ich selbst bin nicht der größte Lucky Luke-Experte, habe aber schon den neuen Comic am Start. Vorab kann ich den also lesen und würde mich aber auch sehr freuen, hier Fragen aus der Community an den Jules stellen zu können. Das heißt also, wenn ihr was wissen wollt zu Lucky Luke, zu der Arbeit von Jules und eben vielleicht auch zur Arbeit des Übersetzers Klaus Jürgen, dann seid ihr hiermit herzlich eingeladen, diese Fragen an mich weiter zu erreichen. Er erreicht mich natürlich über Social Media, auf Facebook, Twitter, Instagram, aber eben auch gern via Mail unter info.tele-stammtisch.de habt ihr die Möglichkeit, eure Fragen an diese beiden Lucky Luke-Leute an mich zu schicken und dann wird es im besten Fall auch in diesem Interview landen. Ja, und dann mal so eine allgemeine Sache. Ich habe irgendwie überlegt, ob ich hier der Tele-Stammtisch, der Hobby-Podcast nicht umbenennen sollte. Den schon irgendwie Telestammtisch bleibt, aber den gibt es ja zweimal und einmal steht da was von Filmkritik und einmal was von der Hobby-Podcast und beides passt irgendwie nicht mehr so. Den Filmkritiken-Podcast, also alles, was die Filmredaktion macht, werden wir demnächst umbenennen in irgendwas mit ja Serien und Filme. Und ich vermute mal, es wäre auch voll smart, den Hobby-Podcast, der aber eigentlich nur Dinge zu Comics macht, irgendwie auch in, keine Ahnung, der Comic-Podcast oder so, um zu benennen. Der Tele-Stammtisch Comics vielleicht oder so. Keine Ahnung, da bin ich noch am Überlegen. Habt ihr Ideen, was haltet ihr davon? Ist euch das eigentlich mal aufgefallen, dass der Hobby-Podcast ziemlich schwammig ist? Da bin ich gespannt, was für Feedback ihr da am Start habt. Ja, ich hatte es an anderer Stelle schon mal erwähnt. Ich plane zwei neuere Ausgaben mit großen so Meta-Talks. Das ist zum einen das Thema Comics für Blinde und zum anderen das Thema Comic Mainstream und was das eigentlich ist. Für beide Talks habe ich bereits hochkariertige Gäste am Start. Wir sind jetzt noch ein bisschen an der Detailplanung und müssen generell erstmal Termine finden und auch ja einfach so ein bisschen den groben Fahrplan festzurren. Da kommt aber im Herbst, denke ich, einiges an spannenden Gesprächen auf uns zu. Dann habe ich noch aufgezeichnet, beziehungsweise werde ich noch aufzeichnen, einen Beitrag zum Adventskalender der Jungs von Ottis Unleashed. Die kennt ihr vielleicht, die haben auch so einen Comic-Podcast und machen da ganz tolle Sachen. Ich glaube, das sind zwei Brüder und ich wurde gefragt, ob ich dann nicht zum einen für den Telestammtisch und zum anderen für die Comic-Cookies auch so einen Beitrag machen möchte. Und soweit ich das verstanden habe, produzieren wir verschiedene Podcasts aus der Szene quasi Beiträge und die Jungs hauen das dann so täglich bei sich im Feed raus. Den Beitrag zum Telestammtisch gibt es bereits. Ich habe mir den Igor geschnappt vom Comic-Festival und wir haben mal so ein bisschen miteinander gesprochen, was da 2023 in München beim Comic-Festival auf uns zukommt. Das Ganze ist auch bereits an die Jungs von Ottis Unleashed geschickt und erscheint da irgendwann im Dezember. Und auch die Comic-Cookies werden sich zusammentun in eine gemeinsame Besprechung, quasi so eine Cookies Code Authority Besprechung, wo wir alle einen Comic gelesen haben und gemeinsam besprechen. Auch das ist in der Planung und wird die Tage aufgezeichnet werden. Da gibt es was total Tolles, freut ihr euch. Ja, das gibt es noch so zu erzählen. Ich habe auch ja immer noch ganz viele Comic-Podcasts am Start. Aktuell zum Beispiel habe ich den Lesen und Lesen lassen Podcast für mich entdeckt. Da gibt es auch eine Handvoll tolle Comic-Inhalte. Das sind Besprechungen und Interviews. Da könnt ihr gerne mal reinhören bei Lesen und Lesen lassen. Dann noch der Hinweis. Der Tele-Stammtisch ist ja offensichtlich eine Sache, die jetzt schon sehr zeitintensiv ist und die mich zeitweise auch einiges an Geld kostet. Ich freue mich immer über Menschen, die Spenden da lassen möchten. Das geht am besten via PayPal zum Beispiel oder auch über Buy Me Your Coffee. Die Links dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Da kam zuletzt wieder was auch rein. Eine kleine Schreide, über die ich mich sehr gefreut habe. und die hilft hier die laufenden Kosten des Tele-Stammtischs zu stemmen. Generell freue ich mich übrigens auch immer sehr, wenn ihr mit mir interagiert. Das tun hin und wieder mal Menschen, aber am häufigsten so persönlich oder eben auch mal in der Telegram- bzw. in der Signal-Gruppe der Comic-Cookies. Aber da der Tele-Stammtisch ja auf Facebook, Twitter und Instagram auch unterwegs ist und es ja auch diese tolle Internetseite gibt, tele-stammtisch.de, wo man dann ja auch noch in den Kommentaren zu den jeweiligen Beiträgen auch was schreiben kann. Da freue ich mich einfach immer mega, mit euch zu interagieren und Feedback zu haben. Ist immer voll schön und gibt mir so ein bisschen auch das Gefühl, das wird das, was ich hier mache, irgendwer auch hören. Das wäre schon ganz knurriger irgendwie, ne? Ja, und dann überlege ich, ob ich einen Disko-Zuhörer aufmachen soll für die Leute, die es hier so hören und die es vielleicht auch nicht hören. Keine Ahnung. Da würde ich mich auch mal freuen, von euch zu hören, ob ihr das überhaupt wollt oder ob man sich vielleicht eher zusammentut mit anderen Leuten. Also die Jungs von GK Regie, die Jungs und Mädels von GK Regie haben ja einen eigenen Server, einen Discord-Server. Auch der Power Comics Podcast hat einen eigenen Discord-Server. Und da ist jeweils in unterschiedlichen Zusammenhängen auch ganz viel los und so. Aber ich glaube, würde man das alles bündeln, wäre es irgendwie noch viel besser. Und deswegen bin ich so unschlüssig, ob man vielleicht auch in Kombination mit den Comic-Cookies jetzt hier nicht mal einen Discord-Server aufmachen sollte. Da schreibt doch mal, ob das was ist, was ihr überhaupt nutzt. Ist das für euch überhaupt in irgendeiner Form eine Software, eine Plattform, die in eurer Bubble stattfindet? Das würde mich wirklich ebenfalls sehr interessieren. TeleStammtisch ist inzwischen eine Sache, die findet auch regelmäßig live statt. Bei den Filmkritiken, wo es diese Filmredaktion gibt, haben wir uns überlegt, es wäre irgendwie voll toll, wenn man wüsste, wer die Personen sind, die diesen Podcast machen. Und aus genau dem Grund sind wir jetzt auf Twitch viel unterwegs. Wer möchte, ist herzlich eingeladen auf twitch.tv slash der TeleStammtisch, das ist ein Wort, der TeleStammtisch, twitch.tv slash der TeleStammtisch regelmäßig mal vorbeizuschauen. Da halten verschiedene Menschen vom TeleStammtisch und von der Redaktion des TeleStammtisch ihr Gesicht in die Kamera und machen Inhalte. Und mein Plan ist es, jeden Freitag um 10 Uhr euch in der TeleKüche zu begrüßen. Das ist so ein bisschen die Idee, dass man sich einfach mal austauscht über Alltägliches, über Dinge, über die man sich gegebenenfalls auch mit Kolleginnen und Kollegen austauscht. Wenn man sich so in der Teeküche einfach trifft, im Büro, so ein bisschen hier auch so, nur dass ihr mir eben zuschauen könnt, wie ich euch erzähle, was ich aktuell gelesen habe oder welcher Kaffee mir gerade besonders gut schmeckt, so ein bisschen einfach, ja, sich auf menschlicher Ebene besser kennenlernen. Wer möchte, ist herzlich eingeladen, da jeden Freitag um 10 Uhr einzuschalten. Da passieren auch noch ganz viele andere Sachen. Ich bin auch in anderen Formaten, aber das ist so ein Kernankerformat, an dem ich jetzt gerade auf jeden Fall erstmal arbeite. Und dann bin ich auch immer mal wieder jetzt aktuell zuletzt auf Instagram gewesen. Auch da würde mich interessieren, ob ihr das mitkriegt und ob euch das interessiert. Auch da gibt es zeitweise Gedankengänge zu Comics-Sachen, die mir so durch den Kopf gehen und die ich gerade so erwähnen möchte. Keine Ahnung, was nicht, da war jetzt die Buchmesse, ich habe Sachen von der Buchmesse gehört oder ich habe spannende neue Abos abgeschlossen oder so. Das sind Dinge, die ich da mal in so einem Stream oder so erwähne. Sind Twitch, Instagram und dann auch nochmal der Verweis auf eben Discord-Plattformen für euch, die ihr nutzt, wo ihr auch dem Telestandwisch in irgendeiner Form folgen würdet. So sieht es aus. Ich freue mich immer, wenn ihr den Telestandwisch und all seine Inhalte in irgendeiner Form teilt. Also gern natürlich auf Social Media, aber gern eben auch im privaten Umfeld. So Empfehlungen von Kumpels und Kumpelinen zu Podcasts sind doch dann häufig die effektivsten, um Leute dauerhaft an so einen Podcast zu binden. Wenn ihr dann noch Zeit findet, könnt ihr den Telestandwisch gern auch bewerten. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt das natürlich tun auf Apple Podcasts. Ihr könnt das aber auch tun auf Spotify. Da gibt es so Sterne, die man irgendwie anklicken kann und so. All das hilft voll und so, damit der Telestandwisch in irgendeiner Form ein bisschen sichtbarer ist. Man kann auf Plattformen, wie ich glaube, auch podcast.de bewerten. Und in meinem Podcatcher, Podcast Addict, kann man auch Bewertungen abgeben. Das ist vielleicht bei eurem Podcatcher auch der Fall. Nutzt diese Gelegenheiten gern bei all euren Podcasts, vor allem bei denen, die ihr mögt, um denen halt so einen kleinen, aber feinen Push zu geben. Das ist eine große Hilfe. Und irgendwie ja auch Feedback. Und ich sage es ihr immer wieder gern, Feedback ist der Lohn des kleinen Podcasters. Ja, das sind so die Sachen, die mir einfallen. Und für alle, die es geschafft haben, bis hierhin durchzuhalten, die kriegen von mir jetzt noch einen Geheimtipp. Denn ich habe in die Show Notes was gepackt, was ich eigentlich niemals veröffentlichen wollte. Und deshalb habe ich es trotzdem getan. Ihr findet den super geheimen Link zu YouTube. Und zwar zu einem Panel, das dort beim Comic-Salon in Erlangen stattgefunden hat. Und zwar nicht irgendein Panel, nein, eines, bei dem die Sandra, der Alex und ich teilgenommen haben. Wir waren Gäste im Talk, Comic-Blogs und Comic-Podcasts im Fokus. Das Ganze fand statt live beim Internationalen Comic-Salon Erlangen 2022 und ist audioqualitativ leider nicht auf dem Level, dass ich es offiziell veröffentlichen möchte. Aber was ihr hier bekommt, ist schon irgendwie zumindest anhörbar. Und man kriegt mal so einen Eindruck davon, wie Panels auch einfach stattfinden können beim Comic-Salon. Deswegen jetzt für alle, die es geschafft haben, bis hierhin zuzuhören, schaut mal in die Shownotes, dort findet ihr einen Link zu YouTube, zu einem nicht gelisteten Inhalt, den man quasi nur erreicht. Wenn man auf diesen Link klickt, es wird gut. Ladies and Gentlemen, genießt es, viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtisch, betreiben ein semiprofessionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.